Nächste Kandidatin in der Kategorie FX, Nagar-Chan Cosplay, ihr Charakter, Darth Talon aus Star Wars Legacy. Nagar-Chan Cosplay, Nagar ist schon seit 5 Jahren nicht mehr aus der österreichischen Cosplay-Szene wegzunehmen und weiter ist sie nach 3 Jahren wieder als Darth Talon auf der Bühne. Die Nettos sind aus Slug-Stoff, die Leder nehmen natürlich das Tops-Trader und die Gnüstungsteile, die zunächst aus Taton bestanden, sind nur noch Warplus' Final Star verbessert worden. Ries und Applaus für Nagar-Chan Cosplay! Ries und Applaus für Nagar-Chan Cosplay! Ries und Applaus für Nagar-Chan Cosplay!